Die wichtigste Frage überhaupt... Sind Sie bereit? Okay. Was ist Ihr Lieblings-Superheld? Ich habe gerade diese getroffen und jetzt habe ich endlich mal die Möglichkeit, die zu fragen, was ist dein Lieblings-Superheld? Was ist Ihr Lieblings-Superheld? Modelliert oder noch nicht modelliert? Was ist dein Lieblings-Superheld? Was ist dein Lieblings-Superheld? Die wichtigste Frage aller Fragen... What's your favorite Marvel-Character? What is your favorite character? Iron Man? Spider-Man? 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 Ich bin Groot.